Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück hier in der Kinderstube und oh Gott haben wir viele Kinder dabei, sind nicht meine, nein, okay, bam bam bam, bam 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 bam, das ist süß, so süß, okay, schauen wir mal ob uns das ganze Training irgendwas gebracht hat, ich bin ja echt gespannt, können wir noch irgendwas ändern, tricksmäßig? Anstatt Schnitter könnten wir noch, tolle Rolle, oh, why not, right, kommen wir hier, klarer Kopf, passt schon, oh, da auf jeden Fall, Angriff eines einzelnen Gegners schwächt, das könnte gut sein, job, 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 fast schon, auch hier Plasma-Aphäre, Ja, sehr gut, müssen wir extra für einen Gegner ausrüsten, aber von mir aus, das war Sandstreuer, oh, vielleicht können wir den Val ja einschläfern und das haben wir noch nicht trainiert, ja, weil das nicht in unserer Party ist. Weil ihr Valk, was auch immer das bedeuten mag, hahaha, Walter, hi Walter, so, wir machen als erstes Du, und machen wir stumpfe Schneide. Fehlschlag? Fällt mir nicht. Passt doch bitte ein bisschen auf euch auf. Geht das? Fehlschlag? Offenbar nicht. Dann... Außer Sternchen? Und Sternchen! Fehlschlag! Verdammt! Ich krieg nichts hin! Ich krieg nichts hin! So, was haben wir mit dir denn? Du kannst vielleicht was machen. Plasma-Aphäre! Machst du sogar Damage? Ähm, nein, machs nicht. Ich... Okay, Feuerschlucker. Auch nicht. Okay. Das ist schlecht. Wir müssen da echt ganz besondere Taktik fahren. Keine Auswirkungen. Das ist schlecht. Alles schlecht. Wir sind gleich tot. Tja, 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 tja. Damit haben wir ein deutliches Problem. Traumschauen. Was sieht's aus? Nicht wirklich was. Au. Okay, nö. Ich bin zu langsam mit dem Gegner. Ich werde da nicht ausweichen können. Und ich mach denen keinen Damage. What the hell? Auf so einem heftig anderen Niveau als die anderen. Ich glaube, ich muss echt einfach nur Special Attacken spammen. Naja, so wird's auf jeden Fall nichts. Und wir können eigentlich gleich weitergehen. Neuladen. Wir haben ja kurz davor gespeichert. Also, dass wir keine Münzen hier verlieren. So, zum Startbildschirm. Ja, 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 ja. Oh Gott. Das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht. Problem ist immer noch, dass ich sehr schlecht bin im Multi-Dasking in diesem Spiel. Protsetzen. Den Intro-Screen habt ihr auch schon lange nicht mehr gesehen, richtig? So. Ich glaub, vor ein paar Episode wahrscheinlich. Egal. So. Laden wir mal. Come on. Achso, jetzt habe ich natürlich nicht ausgerüstet. No. Aber wir müssen sowieso noch mal reinschauen. So wie es aussieht. Was haben wir hier? Achso, hier haben wir generell alle Zauber. Ah. Schnappschuss kostet 1 MP? Okay. Ah. Egal. Was wollte ich jetzt eigentlich schauen? Genau. Ich wollte eigentlich zu den Kreaturen gehen. Auch mal geht das nicht. Tricks. Okay. Machen wir mal hier. Ein Schmetterschlag. Tolle Rolle. Und da wir wissen, dass es alles nichts bringt. Versuchen wir einfach so viele, ja, Damage zu machen wie möglich. Scharfe Schneide. Töp, 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 töp. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Nur mal heile Träne. Heilende Träne. So rum. Traumschau macht allen immerhin Damage. So gesehen vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja. Lassen wir. Wirklichen. Bringt nichts. Wasserbombe. Ja. Weihnacht. Und hier noch. Sturmschaden. 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 Einfach. Damit. Wir das nicht immer wieder machen müssen. Doch. So. Ich möchte ja hier keinen. Keine Monet hast verlieren. Oh Gott. Der Boss ist echt nicht. Ich nicht ohne. Obwohl er nicht mal Boss ist. Da wäre jeder Boss leichter. Weil da kann man zumindest eine bestimmte Taktik anwenden. Und fertig. Hi. Och. Wollte ich nicht. Hi. Valiag. Jopp, 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 jopp. So. Wen muss ich denn nehmen. Damit ich so viel wie möglich. Erstmal du. Dann machen wir hier. Ähm. Scharfe Schneide. Auf. Dich. Einfach weil. Allgemeine Abwehr. Wo ich eigentlich gesagt habe Angriff. Dann machen wir mal Angriff hier. Dann machen wir mal Kraft sammeln. Walter. Das bringt unglaublich viel. Hau ab. Das gefällt mir nicht. Tolle Rolle. Au. Das bin ich gerade unterbrochen. Das macht kein Damage. Damage. Ich bin gleich tot. Ja. Nö. Hä? Was? Äh. Blicke ich gerade irgendwas komplett nicht? Also. Ich habe ja nicht mal eine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance gegen die. Halt. Nein. Was zur Hölle? Muss ich etwa noch mehr trainieren? Noch mehr trainieren? Nein. Ich verstehe nicht. Die anderen waren ja noch machbar. Ne. Ich glaube ich verwende irgendwie komplett die falsche Taktik. Probieren wir es einfach nochmal. Hm. 41. Das ist fast so wenig. 41 bei dem. I don't understand. What is this madness? Was ist eigentlich da aus? Was kann man hier machen wenn man nochmal da reingeht? Nix. Ja. Schlecht. 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 Kumpanen kümmern, ja. Nein. Die können die anderen beiden ja relativ gut besiegen. So, erstmal hier beide nehmen. Ander noch angreifen. Ja, vielleicht ist es ja wirklich dabei. Bäm. Und jetzt noch mal bitte ein. Nein, nicht du. Na gut, mach halt den Wirbelwind. Komm mir aus. Hui. Mach vielleicht kein Damage. Oh, 59, doch. Macht der Match. So, holen wir uns erstmal hier unsere Mana zurück und dann machen wir hier noch eine tolle Rolle. Bisschen macht es zumindest. Anderer. Äh, Kieselregen. Das hat so viel besser funktioniert. Was war das gerade? Achso. Ähm. Das macht kein Damage übrigens. So. Okay. Heil mich bitte. Thank you. Thank you. So. Tolle Rolle. Feuerschleuder. Das macht sogar Damage, wie ich gedacht. Und noch ein bisschen normaler Angriff. Was natürlich auch relativ effektiv ist. Ja. Doch. Das ist. Wow. Das macht. Die Taktik macht so viel unterschiedlich. Ist nicht gedacht. Alle Angriff. Oh. Sehr schön. Endlich. Mensch. Ins Kinder. Mensch. War das eine schwere Geburt. Ich wollte schon wieder eine Trainings-Episode machen. Nur, dass ich es nicht gemacht habe. So. Stoffe 11, Stoffe 12, Stoffe 20, 21, 21, Rambo, 14. Wow. Das hat ein ordentliches Level abgegeben. Alle da. Alle da. Schick, 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 schick. Richtig gute Arbeit, Leute. Sieht so aus, als ob die Feenlinge alle wohl auf wären. Bist du sicher? Der Himmel sei Dank. Dann zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, und so weiter. Alle Feenlinge leben heiter. 6, 7, 8, 9, 10. Der Bengel schützen wir die kleinen Engel. Jetzt sind es elf. Jetzt ist es ein Dutzend. Hey. Da ist Pflaume schwer am Stutzen. Wie ist es, jung? Super. Alle beieinander. Schick. Wow. Das war ein schöner Reim. Prima. Reimer. Schick, schick. Tröpfchen, tröpfchen. Halten Sie denn hier die Klappe? Die sind sowas von lästig. Wie werden wir denn wieder los? Wir bringen sie zum Ausgang da draußen. Rutsche. Die sausen wir runter und dann kommen wir hier raus. Eine Rutsche? Warum ist da eine Rutsche? Soll einer daran erinnert werden, wie schnell es im Leben bergab geht, wenn man auf die schiefe Bahn gerät und dass da draußen nicht alles so geschmiert läuft wie hier drin? Typisch Mami halt. Ist eine große Verfechterin von Zucker, Brot und Peitsche. Ich habe absolut keine Ahnung von Nuredis. Seid ihr Feen alle so komplett bekloppt? Deine Meinung ist mir egal. Ich freue mich schon auf die Rutsche. Seine Meinung. Ups. So jung und naiv und gelenkig. Klingt, als ob es wehtun würde. Nicht mehr lange, bis die Fehlinge endlich geboren werden. Bringen wir sie zum Ausgang. Jo, würde ich auch sagen. Kommt mit mir, meine lieben kleinen Feenlinge. Typ, 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 typ. Oh, die sind so schön. Kommt alle her. Alle her. Alle her. Alle her. Alle? Achso, die waren gerade alle auf einem Fleck oder was? okay ich habe mir schon sorgen um die gemacht und ich möchte nicht wissen wo es hier abgeht bergab geht jetzt ist die rutsche hüpfen und sind schnell wieder raus als du schneller wieder raus als du mamas bauch sagen kannst bist du bereit Oli shop why not Schrecktagel. Was? Das hört sich immer schlecht an. Jopp, Bosskampf. Bosskampf. Yay. Epicness pur. Was ist das für ein Ding? Erstmal den Stärksten rausschicken. Was kannst du? Ha. Scheint mir noch recht machbar zu sein. Kein Rundum. Ich möchte erstmal allgemeine Abwehr einschalten. Werde hier ein bisschen verteidigen. Dankeschön. Einfach weil. Und ich werde natürlich auch diese ganzen Kügelchen hier einsammeln. Denn im Endeffekt kommt es da eh wieder drauf an. Aua. Das hat übrigens weh. Okay. Kurz mal zurück hier. Thank you for the healing. Was machen wir hier? Was machen wir hier? Machen wir mal. Vom teuersten zum billigsten. Schockwelle. Na ja. 9 für 45. Nein. Ich werde verteidigen. Okay. Dann kommt jetzt Eiseskälte. 13 für 6. Nicht gut. Nicht gut gegen das Ding hier. Das ist eine Heilung hier. Sven kann nichts klauen. Tja, tja, tja. Gut. Dann kommt das Feuerball. Das ist relativ gut. Ah, Schockwelle ist eigentlich das Beste. Fehlschlag. Und jetzt sieht es aus. Dann kann ich nochmal eine machen. Äh, halt. So. Bam. Und dann holen wir bitte wieder ein bisschen Leben. Allgemeine Abwehr. Please. Oh, oh. Haben die jetzt gerade alle abgewährt? Das ist ja super. Ich hatte zwar keinen Anteil daran, aber... Komm. So. Los geht's. Angriff. Aua. Tut übrigens gar nicht weh. Allgemeine Abwehr. Los. Das Ding hat eine ganz schöne Abklingzeit. Aber okay. So. Fassen wir erstmal auf, wollte ich gerade sagen. Wo ich das jetzt gesagt habe. Mana. Äh. Verteidigen. Ganz eindeutig. Das hat trotzdem jedem weh tun. Ja. 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 Das wird jedem weh tun. Da noch mehr erstmal hier. Ein Auswechsel. Aua. Das dürfte mich beinahe umbringen. Okay. Ich sollte wohl nicht einfach so auswechseln, sondern erstmal auf mich selber zurück. Nein. Was ist das? Das macht Sternchen, aber okay. War jetzt nicht sonderlich imposant. Einmal Zauber, bitte. Und nochmal Zauber, bitte. Ja, mehr Damage riecht er gerade nicht drauf. Angriff. Bitte ein bisschen allgemeine Abwehr. Ach. Und abwehren. Oh, ich bin verwirrt. Nein. Kann auch nicht auswechseln. Komm on. Äh. Werde ich jetzt einfach sterben? Thank you. Ähm. Nein. Ich werde einfach sterben. Okay. Das ist schlecht. Ein bisschen verteidigen hier. Aua. Und immer noch verwirrt. Shit. Okay, Sven. Du musst hier was machen. Kunstschüsse. Schnappschuss. Bildschlag. Nein. Dann hat hier normale Taktik. Heilung. Okay. Und das müssen wir hier dem vorlassen. Macht zwar jetzt nicht wirklich viel Schaden, aber... Hält zumindest einiges aus. Der hat nichts zum Abwehren. I don't believe it. Das ist natürlich super. Okay. Wieder wechseln. Ich muss da wirklich sofort wechseln und auf die Heilung achten. Das war vorhin total bescheuert. Äh. Verteidigung. So. Aua. Ich hätte mich sogar beinahe umgebracht. Tja. Keine Mana mehr. Keine... Boah. Das ist dann, glaube ich, so ziemlich das gewesen. Ähm. Ich denke mal, wir sehen uns dann in der nächsten Episode ungefähr wieder bei diesem Zeitpunkt hier wieder. Und ich werde mich hier mal kurz geschwind umbringen. Und so das schon. Falls es euch gefallen hat, überliken, falls ihr einfach abonnieren. Wir sehen uns dann nächstes Mal. Wie gesagt, hier wieder. Ciao, Leute. Musik Musik Musik